Ich habe vorhin schon mal alle Updates installiert und bin hin und her gehetzt von Saturn zu Saturn. Die einen hatten es dann da, die einen nicht und dann kam ich wieder eine Bestätigung bekommen, dass da, wo ich es zuerst bestellt habe, dass es dann jetzt da ist und dann haben sie gesagt, nee, das ist falsch, wir haben es überhaupt nicht, müssen es wieder in einen anderen Saturn. Deswegen ein bisschen hektisch heute, aber jetzt bin ich da und alles funktioniert. So, mein Mikrofonständer hängt mir ins Bild. Denn wir haben eher weniger mit Bürgern zu tun, aber da gebe ich auch nicht preis. Müsstest du mich sonst töten, wenn ich mehr wüsste? Die stehe automatisch ihren Fortschritt, das ist gut. Dann vergesse ich schon mal nicht zu speichern. Oh, da halte ich mich mal schnell weg. Das hatte das Original nicht, daran kann ich mich erinnern. So, aber wie geht es euch denn so? Sagt mal. Und wer von euch kennt denn das Spiel vor allem schon? Ich kenne die, äh, Remake, die HD-Remake-Fassung von der PS3. Die habe ich vor, boah, sechs oder sieben Jahren, und das war gespielt. Das ist eben auch schon lange, lange her. Das ist eben auch schon mal. Since was, ja. Ich kenne die HD-Remake-Fassung von der PS3. So, wie geht es euch? Ich kenne die HD-Remake-Fassung von der PS3. Ich kenne die HD-MC4-Podcast. Ich kenne die HD-Remake-Fassung von der PS3. Ich kenne die HD- giraffe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott, Kamera drehen, Angriff, Sprung, Rollen, Pferd, Ziele festhalten, oh Gott. Weltkarte ist, ah, Touchpad wird eingebunden. Kohl, lass uns den Kamerafokus, Ausrüstung weg. Ah ja, komm, das wird bestimmt nochmal erklärt und so. Erst was man im Spiel macht, Einstellungen öffnen, ja, absolut. Sprache, ähm, also es geht so nur um den deutschen Text, das weiß ich. Copyright, nein, ich drücke es halt auch noch an. So, Galerie, Galerie. Oh, ich kann hier Konzeptarts freischalten, oder? Oh mein Gott. Oh, was? Bin ich ganz normal? Schwierigkeitsgrad, öh. Bin mal schnell einkaufen. Socht jemand das? Dann bringe ich es mit. Ja, ich war vorhin. Wieso will ein Eis? Bringen wir so bitte ein Eis mit. Und wenn du schon dabei bist, ich hätte eigentlich auch gerne ein Eis. Ich will ein Bum-Bum, bitte. Schwer? Ob, oh. Also ich wäre ja für normal eigentlich, weil normal ist halt immer so dieses, so hat es der Entwickler-Ulspiel vorgesehen. Einfach ist halt immer, einfach macht bei dem Spiel, wobei es schwer, hör. Also einfach macht bei dem Spiel, glaube ich, auch einfach keinen Spaß. Eis für alle. Eis für alle, finde ich gut. Na, das ergibt nur so ein Eis aus. Schwer? Ihr hasst mich, oder? Ihr hasst mich wirklich. Das ist leider auch keine Erklärung, was der Unterschied zwischen normal und schwer ist. Ob die Kolosse dann öfter angreifen, oder ob sie einfach nur mehr HP haben, oder? Äh, aber ich bin, glaube ich, jetzt schon überstimmt. Ist immer einfach. Aber total unfähig. Ich bin eigentlich immer auf normal. Wir möchten dich nur failen sehen. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich jemals irgendwie Emotes hier haben soll, sollte das erste Emote wird irgendein Dave-hats-verkackt-Emote. Ja, gut, komm, dann schwer. Ist ja doch scheiße. Ach, Mann. Ich glaube, es kommt wieder eine Cutscene. Das heißt, ich blende mich mal aus. Es sieht halt so viel hübscher aus als damals. So ein Scheißhaufen mit Strohwut. Dieser Smiley-Kackhaufen. Und dann stellen wir noch ein Strohwut auf. Blau in Farbe und Bund. Ja. Gute Idee. Oh Gott. Ihr hasst mich. Und natürlich geht die Tür hinter einem zu. Interessanterweise ist das das erste PS4-Spiel, das ich auf meiner PS4 spiele. Das klang dumm. Und das Ding ist laut. Ist lauter als mein Rechner. Dafür brauchst du auch ein Herz mit Strohwut. Das Strohherz. Wenn ich denn irgendwann mal Emotes habe. Können wir gerne dann in die Community-Abstimmung machen. Wenn es denn jeweils so weit kommen sollte. Oh ja, ich erinnere mich. Das bockige Pferd. Grauenhafte Steuerung damals. Oh, jetzt bin ich still. Jetzt kommt Story und so, ne? Danke. 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 Tschüss. Das war's. 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 Und decken. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh Gott. Oh Gott. Gut. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. viel Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Genau. das war's. 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 Super. Okay. Okay. das war's. War's. Das war's. Okay. Das war's. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. So, so. So, so. Okay. Das war's. 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 automatisch. Das war's. Das war's. Das war's. für's. Das war's. Das war's. Wow. Das war's. Das war's. Bob ist weg. ... Das war's. ... 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 Julian ... Nein, Pferdchen? Ich lasse es gerade nicht. Das kennen wir ja. Da ist noch irgendwo eine. Er hat doch noch oben irgendwo eine. Es ging schnell, Nerd Attack. Da ist Eis dabei. Für alle natürlich. Dann hat er doch noch mal oben eine. Verdammt. Hier komme ich. Hier hoch. Na, hallo? Das fällt. Okay, jetzt hier. Wunderbar. Musik ist weg. Oder ändert sich gerade? Ah, ne. Geht schon vorne los. Aber hä? Hä? Was soll denn das jetzt sein? Ich habe es auf jeden Fall gerade markiert. Sollte es markiert haben. Der Oberschenkel? Nee. Ich verstehe es nicht. Normales Festhalten hat auch schon Energie gezogen. Ja. Ach. Ich will. doch da. Ich dachte es mir halt noch. Da war ich doch gerade, oder? Das ist zu fast. Mann. Ja, das war jetzt so dumm angestellt. So. Zap. Er leidet eh schon da. Er hat ein paar Schläge in den Kopf bekommen. Äh, damals beim letzten Boss war übrigens Bob sogar bei mir, als ich den gemacht habe. Das ist meine damalige Freundin. Die beiden hätten sonst was miteinander machen können. Ich hätte es nicht mitbekommen, weil ich so in dem Spiel war. Oh komm, ein Schlag noch. Jaja, da lacht er wieder, der Bob. Ich weiß genau welchen Abend. Ich meine. Das Mammut. Echt? Du sollst einen Mammut darstellen. Ja, macht Sinn. Man kommt halt wirklich nicht weit. Ich sag immer noch, dass es die Seele ist von dem Koloss, die man da aufnimmt. Wobei... Eigentlich weiß ich es sogar besser. Aber das wäre ein Spoiler. Fürs Ende. Und das... Ich spoilere es mich bestimmt nicht. Du solltet ihr schön bei mir gucken, ne? Ja. Ja. Ja.